Wenn man unterwegs ist, ist man selber in den meisten Kongressen unterwegs in der eigenen Branche. Im Bereich Brandschutz und Arbeitsschutz. Der Vorteil des Tages des Müllstandes ist einfach, dass man über den Tellerrand hinweg gucken kann. Man kann sich einfach mal angucken, wie andere Branchen, die andere Probleme haben, auch mit dem Umgang mit Mitarbeitern, wie diese dann mit diesen Problematiken umgehen, weil die andere Angehensweisen haben und auch andere Lösungen haben. Und das ist mal ganz schön zu sehen, wie andere das auch angehen, die Problematik.